Kafkas letzte Tage Montag, 2. Juni 1924. Letzter Brief an die Eltern. Es regnet immer wieder leicht, ist aber warm. Die Temperatur steigt deutlich über 20 Grad. Kafka schreibt ein letztes Mal an seine Eltern in Prag. Es ist der längste Brief seit Langem und der einzige, dem man die Erschöpfung des Verfassers anmerkt. Kierling, Sanatorium Dr. Hoffmann, 2. Juni 1924. Liebste Eltern, also die Besuche, von denen ihr manchmal schreibt, ich überlege es jeden Tag, denn es ist für mich eine sehr wichtige Sache. So schön wäre es. So lange waren wir schon nicht beisammen. Das Prager Beisammensein rechne ich nicht. Das war eine Wohnungsstörung. Aber friedlich paar Tage beisammen zu sein, in einer schönen Gegend, allein. Ich erinnere mich gar nicht, wann das eigentlich war. Einmal paar Stunden in Franzensbad. Und dann ein gutes Glas Bier zusammentrinken, wie ihr schreibt, woraus ich sehe, dass der Vater vom Heurigen nicht viel hält, worin ich ihm hinsichtlich des Bieres auch zustimme. Übrigens sind wir, wie ich mich jetzt während der Hitzen öfters erinnere, schon einmal regelmäßig gemeinsame Biertrinker gewesen. Vor vielen Jahren, wenn der Vater auf die Zivilschwimmschule mich mitnahm. Das und vieles andere spricht für den Besuch. Aber zu viel spricht dagegen. Nun, erstens wird ja wahrscheinlich der Vater wegen der Passschwierigkeiten nicht kommen können. Das nimmt natürlich dem Besuch einen großen Teil seines Sinnes. Vor allem aber wird dadurch die Mutter, von wem immer sie auch sonst begleitet ist, allzu sehr auf mich hingeleitet sein, auf mich verwiesen sein, und ich bin noch immer nicht sehr schön, gar nicht sehenswert. Die Schwierigkeiten der ersten Zeit hier um und in Wien kennt ihr. Sie haben mich etwas heruntergebracht. Sie verhinderten ein schnelles, hinuntergehendes Fiebers, das an meiner weiteren Schwächung arbeitete. Die Überraschung der Kehlkopf-Sache schwächte in der ersten Zeit mehr, als sachlich ihr zukam. Erst jetzt arbeite ich mich mit der in der Ferne völlig unvorstellbaren Hilfe von Dora und Robert. Was wäre ich ohne sie aus allen diesen Schwächungen hinaus? Störungen gibt es auch jetzt. So zum Beispiel ein noch nicht ganz überwundener Darmkatar aus den letzten Tagen. Das alles wirkt zusammen, dass ich trotz meiner wunderbaren Helfer trotz guter Luft und Kost fast täglichen Luftbadens noch immer nicht recht erholt bin, ja im Ganzen nicht einmal so imstande wie etwa letzthin in Prag. Rechnet ihr noch hinzu, dass ich nur flüstern sprechen darf, und auch dies nicht oft, ihr werdet gern auch den Besuch verschieben. Alles ist in den besten Anfängen. Letzthin konstatierte ein Professor eine wesentliche Besserung des Kehlkopfes, und wenn ich auch gerade diesem sehr liebenswürdigen und uneigennützigen Mann, er kommt wöchentlich einmal mit eigenem Automobil heraus und verlangt dafür fast nichts, so waren mir seine Worte doch ein großer Trost. Alles ist, wie gesagt, in den besten Anfängen. Aber noch die besten Anfänge sind nichts, wenn man dem Besuch und gar einem Besuch wie ihr es wäret, nicht große, unleugbare, mit Laienaugen messbare Fortschritte zeigen kann. Soll man es lieber bleiben lassen? Sollen wir es nicht also vorläufig bleiben lassen, meine lieben Eltern? Dass ihr etwa meine Behandlung hier verbessern oder bereichern könntet, müsst ihr nicht glauben. Zwar ist der Besitzer des Sanatoriums ein alter, kranker Herr, der sich mit der Sache nicht viel abgeben kann, und der Verkehr mit dem sehr angenehmen Assistenzarzt ist mehr freundschaftlich als medizinisch, aber außer gelegentlichen Spezialisten besuchen, ist vor allem Robert da, der sich von mir nicht rührt und statt an seine Prüfungen zu denken, mit allen seinen Kräften an mich denkt. Dann ein junger Arzt, zu dem ich großes Vertrauen habe. Ich verdanke ihn, wie auch den oben erwähnten Professor, dem Dr. Ehrmann, und der dreimal in der Woche herauskommt, da ich mich so zu dem Besuch verhalte, der allerdings noch nicht im Auto, sondern bescheiden mit Bahn und Autobus dreimal wöchentlich herauskommt. An dieser Stelle bricht Kafka ab. Dora Diamant fügt hinzu, Ich nehme ihm den Brief aus der Hand. Es war ohnehin eine Leistung. Nur noch ein paar Zeilen, die seinem Bitten nach sehr wichtig zu sein scheinen. Was hier folgen sollte, ist leider nicht erhalten. Stattdessen findet sich mit Bleistift geschrieben ein handschriftlicher Zusatz. Vermutlich von Kafkas Schwester Ottler. Montag geschrieben am 2.06.1924. Gestorben 3.06.1924. Ein Podcast der österreichischen Franz-Kafka-Gesellschaft Hそit 000 GES formation an passarlaher. btale 3.06.2524.